Taylor Swift ist wohl wieder zu haben! Erst im April trennt sich die Musikerin von ihrem Partner Joe Orwell nach sechs Jahren Beziehung. Nur wenige Wochen später funkt es zwischen ihr und dem The 90's 75 Sänger Maggie Healy. Der 34-Jährige begleitet die Bad Blood-Interpretin sogar auf Tour. Dort können sie Backstage die Finger gar nicht voneinander lassen. Nun ist ihre Romanze allerdings wohl schon wieder Schnee von gestern. Laut einem Insider sind Taylor und Matti nicht länger zusammen. Warum sie sich trennen ist bisher noch nicht bekannt. Das Umfeld der mehrfachen Grammy-Gewinnerin ist von dem aus jedoch nicht überrascht. Taylors Freunde wollen nur das Beste für sie und sind nicht schockiert, dass ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist, da sie erst kürzlich eine Langzeitbeziehung beendet hat. Zu ihrer angeblichen Trennung äußern sich bisher weder Taylor noch Matti.